Die Kirche 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 Und dann, nach ein paar Wochen, war's Kätzle nicht mehr da. So rum ins Gartenhäuse, denn Mona wird Mama. Drei süße Katzenkinder, wir winken sie nun so klein. Jetzt ist das Kätzle Mona, wir stellen nicht mehr allein. Mona, unser Kätzle, steht weiß mit braunem Fleck. Gehört zu der Familie, hat wie die Maus zum Speck. Ihr Lieblingsplatz am Sofa, da fühlt sie sich da ein. Sie schnurrt, wenn man sie streichen und ist nicht gern allein. Åf. Ja. 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 Ja.